...parken, um uns dann auf die nächste Aufgabe zu konzentrieren. Und die ist dann international gegen Manchester City. Ah, es ist richtig interessant, steht dort, wo man da kommt. Wir sind gleich wieder in Leipzig bei der Partie der Bayern zuvor noch. Ten Sean, Rome to you! Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017